Für HC Strache als Bundesordnung kommen 471 Belegierte, das sind 96,32 Belegierte. Ich sage euch ein ganz herzliches Dankeschön für das großartige Vertrauen, selbstverständlich nehme ich mit Dank, Respekt die Wahl an und werde mich bemühen in aller Standfestigkeit unseren Weg auch gemeinsam in eine bessere Zukunft sicherzustellen. Glück auf! Danke! Danke!